Krasse Sache Und wahrscheinlich haben wir jetzt auch nicht unbedingt die Masse an Geld um hier aufzufüllen Das ist einfach mal meine Vermutung 400 Oh doch Haben wir was zu verkaufen Leider nur wenig So, jetzt können wir endlich weitermachen hier So, jetzt wäre ja der Funkturm eigentlich angebracht Aber von hier unten nach da Ich werde das mal da hin Men, men, men Aber schon krass schwierig, warum ich da am Anfang denke Ja, man, man Da war das alles ziemlich einfach Äh, andere Richtung Naja, ein bisschen musste ja auch Der Schwierigkeitsgrad steigen Sonst werdet ja wahrscheinlich auch Viel schneller durchgespielt Das ist der Ort Dann mache ich mal ein paar Fotos von den Anführern Welt Nähere dich Dem Bergarbeiterlager vom Fluss her Also von hier Oder weit Also nicht von da oben Scheiß Einfach ruft er jetzt hier Ich werde nochmal noch ein paar Heilungssachen machen Das ist wahrscheinlich angebracht So Komm, den schnippeln war weg Schnippeln war nicht weg Komm, den schnippeln war nicht weg Alles klar Wissen wir Bescheid Keinen töten Nix machen Ich geh jetzt einfach mal da hin Und dann ist gut Greife sie nicht an Was heißt denn das Dass ich mich hier Fahrlos nähern kann Oder weit Muss ich hier hoch Dringen wir ins Lager ein Ohne Alarm auszulösen Keine Ahnung Ich seh nicht wie die doof sind hier Cool Alles cool Bleibt so Hä? Okay Also wir schwingen uns hier sportlich Rüber Guten Tag Natürlich noch einfacher Alles war Hi Oh Läuft 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 Ich gehe mal das Ding da Und die Welt Keine Ui-Bauung Was Benutzt die Kamera Um das Treffen zu Dingsen Naja Das ist die Personalliste Muss ich unbedingt haben Was tust du da man? Nix Ich muss den Truck irgendwie sprengen Damit er nicht weg kann Hä? Äh RPG Fragezeichen Wo krieg ich denn jetzt ein RPG Ja? Warum? Warte Scheiße die gehen Ich muss sie aufhalten Muss ich da rüberspringen Muss ich da rüberspringen Ne muss ich nicht Mach ich ihn jetzt so Wenn ich mal fragen darf Aua Ich hab kein RPG Sekunden sind auch um Finde den Piraten daran wegzufahren RPG finden Und Geländewagen zerstören Ja ich bin am Arsch der Welt Genau so ist es Wir sagen Was ich jetzt machen musste Hallo? Hä? Hm Und warum die Wachen Auf ihm mal aggro waren Wenn ich da ein bisschen Mit der Kamera rumgefuchtel hab Kann ja nicht sein Ich muss den Truck irgendwie sprengen Damit er nicht weg kann Ah Cool Cool Äh Ne Die ganzen Jensen Arsch voll oder was? Oh Scheiße Ah Nicht ins Feuer Heilung Heilung Alter Grrr Grrr Hm Das ist die Personalliste Muss ich unbedingt haben So das war hier schon mal richtig RPG Hatten wir ja auch schon In den Pfoten Die Sprengen damit er nicht weg kann Die Frage ist Könnt ich einfach mal hoch gehen? Äh Ist ja jetzt ein Witz oder? Ist ja wohl ein Scherz jetzt Kannst du auch schon wieder abhaken, wa? Boah Boah Ich krieg schon wieder Hass Ich krieg schon wieder Hass Wo da ein Loch im Boden und Bob Fährt man durch Ende ist der Der Scheiß Mann Das ist die Personalliste Muss ich unbedingt haben Ich muss den Truck irgendwie sprengen, damit er nicht weg kann Komm ich da nicht hoch, sag mal Ich will doch hier hoch Geht ja auch nicht Scheiße Scheiße Die gehen nicht Ich muss sie aufhalten So Jetzt haben wir da erstmal aufgeräumt Jetzt mal hübsch langsam, wa? Würde ich sagen Seilrutsche benutzen wir jetzt nicht Weil da wollen wir nicht hin Du bist ein ganz schöner Munitionsverschwender Kann schon sein So Erstmal ein bisschen hier die Umgebung säubern So Wie kommen wir jetzt da hoch? Da müssen wir hin Ich denke mal Wir müssen fast da rüber, wa? Also hmm man kommt da nicht so einfach ja das heißt ja wir müssen ja auf jeden fall rüber also die andere Seite keine Ahnung na gut jetzt ist ja erstmal kein Feuer mehr da können wir ja mal da rüber springen das bringt wesentlich nicht nicht wirklich die Ahnung ist gebraucht ja toll hat er gerade gesagt hat er gerade Hackfresser gesagt mach gleich mit da gibt es Hackfresser ja in die Sicht kannst du so nie sagen Kollege vielleicht geht es ja hier weiter indirekt oder so okay kann man hier noch scheiß Pancafos alter ich bin da ran gesprungen jetzt hör aber auf das ist doch so ein Ding zum festhalten oder nicht jo pass auf jetzt nochmal Achtung oder auch nicht alter ich hab auch keine Heilung mehr war was sind das hier für eine kacke wenn ich mal fragen darf ich werde ja wo da ran Alter jetzt hier liegen mir nicht mal die einfachsten Sachen jetzt wird es langsam albern besser ist das besser ist das so jetzt springen wir da rüber und dann sind wir hier auf die oberste Etage wo wo war da was ist da was kann man helfen ich bräuchte mal ein bisschen Munition hier so für meine für meine Lust zum Waffen so da muss man lang da werden wir wahrscheinlich nie rüber kommen halt so die dumme muss man da rüber echt und dann da hoch 137 Schuss ich bin begeistert äh hier rum ich hab's mal aufgeräumt hier ich hab's mal davon ich hab's mal aufgeräumt hier mein werbe ich hab's mal aufgeräumtow find ich dann aufgeräumt weil ich brauche jetzt weißt du ich hab's mal aufgeräumt Das war's.